Wer soll uns die Stirn bieten? Du raust ja selbst für einen Livestream. Kann ich übrigens nur empfehlen. Also jetzt nicht das Rauchen, sondern euch was mal anzuschauen. Ist sehr lustig. Ja, ich bin aber noch nicht sicher, wann das nächste passieren wird. Das ist halt immer so eine Organisation. Ich denke wir finden da schon irgendwie so eine Sache. Joa. Und für diejenigen, die es halt verpasst haben, die, ja, die sehen es dann halt auf meinem Kanal. Natürlich. Du kannst das ja auch zum Beispiel als Special oder Special jetzt nicht, aber... Ne, Livestream folge ganz normal. Das geht mit dem Let's Play aber weiter, weil es halt das Let's Play ist. Ja, unter anderem Let's Play und wenn wir halt irgendwie so einen kleineren Raid machen und das auf dem Livestream laufen lassen, kannst das Ding ja auch, ähm, ich sag mal so aufnehmen und kannst es ja als ganze Folge hochladen oder so. Mhm. Dass man das, weiß weiß ich, mal so als Stundenfolge sieht oder so. Länger dauert das nicht, wenn du sich mit 90ern ziehen lässt, was ja heutzutage schon das Max-Level ist. Ja, richtig. Das ist einfach, äh, so. Machst du die Quest da hinten annehmen von dem Typen, der da hinten schon mal steht? Ja, wenn ich das... Ja, renn ruhig schon mal hin. Ich kann mal ein paar Sachen zählen, ne. Ich kann da nix annehmen. Weil... Ach, der da hinten. Genau. Scheiße, ich hab da irgendwie die Aggro. Wovon? Ich weiß nicht, so wie ein paar Elementare. Achso, sag doch was. Ich, ich achte da gar nicht drauf. Du achtest nicht auf deine persönliche Heilerin? Nö. So, die Quest hab ich angenommen. So, ich befreie mal den Knaben hier aus dem, äh, Käfig? Jawoll. Sonst noch irgendwas? Passiert hier was? Lacka! Ne. Hat der wieder Lack, der Lacka? Chacka Lacka. Ja, ja, Chacka Lacka. Genau, Chacka, du schaffst es. Das sagt meine Schwester immer. Chacka, ich schaff das! Die Lacka ist ja immer noch online, ne? Ich mein, die ist alleine in TS. Jetzt echt? Ja. Sie ist unter, äh, Quests und Leveln. Ja, gut. Ja, gut, ist so ein bisschen blöd, wenn die jetzt... Ja, ja, blöd ist es an sich nicht, wenn wir die jetzt auch bei der Aufnahme dabei haben. Aber sie hat halt auch keinen Schad, den sie da mitleveln kann, glaub ich. Nee. Von daher bringt das nicht wirklich viel. Sie war ja auch in den vorigen Parts dabei. Zwar jetzt nur als TS-Gast, beziehungsweise in der Aufnahme. Ja. Aber sie sagt auch nicht sehr viel. Das find ich ein bisschen schade. Ich würd's schöner finden, wenn sie ein bisschen mehr redet. Mit uns. Ich mein, das war ja mal weniger, ne? Das hat sich ja schon gesteigert. Ja, das auf jeden Fall. Die taut langsam auf. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ne? Aber bei uns kann man auch nicht lange genug die Klappe halten, das funktioniert nicht. Nee, aber ich brauch immer noch weibliche Unterstützung. Wär schön, wenn immer weibliche WoW-Spieler dabei sind, die auch auf meinem Kanal sind. Die das alles hier so ein bisschen verfolgen. Ja. Bis jetzt dominieren die Männer. Bis jetzt, ja. Aber ich kann mich wacker halten. Bis jetzt. Ja, das stimmt allerdings. Und das ist auch gut so. Ja, ich bin ja immerhin auf der Gilden-Lieder. Liederin, Entschuldigung. Ich wollte sagen. Hast du nicht was vergessen? Ja. Ach. Nö? Ja, gut. So. Vögelchen. Ja, ich renn rein. Ja, mach ruhig. Und... Bäm! Erstmal wieder zurückstoßen. Ach, ich find das toll. Kriegertank macht unheimlich viel Spaß. Noch nie gespielt. Ich bin auch nicht so... Du weißt nicht, der Tank weiß ich nicht. Nö. Das stimmt wohl. Aber ich hab dich ja schon mal zum Tanken bekommen. Ja. Muss man ja auch sagen. Das ist aber mein Mann. Das sind ja nicht unsere einzigen Charts, die wir haben, sondern wir haben auch noch kleinere Charts. Da hab ich sie zum Tanken gekriegt und ich darf feilen. Ich schlaf da immer bei einem. Ja. 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 Zweimal bist du mir verreckt, weil ich eingepennt bin fast. Ja, das passiert mir aber auch öfters. Dann ist es zu langweilig und dann konzentrierst du dich nicht mehr drauf und ups, warum liegt der denn da? Hä? Hoppala. Hm. Ich war's nicht. Dann ist grundsätzlich immer der Tank schuld, weil der dann wieder zu viel gepullt hat. Ja. Ganz einfach. Der Heiler ist ja nie schuld. So wie eins in Bullwerk, ne? Oder Bollwerk. Ja, ich weiß nicht welche Folge das war. Pull mal mehr. Hm? Aber renn nicht zu weit vor. Pup, der Tank war weg. Ja. Ja, war lustig. Ich musste lachen. Ja, du musst schon in meiner Reichweite bleiben. Das ist normal. Ja. Oh, oh, oh. Der Geist hat mich ja... Hat mich getötet. Was? Oh. Lol. Und ich pull dir munter weiter. Äh, ja. Ich würde sagen, lauf mal rein. Der Todesritter kann doch nicht wiederbeleben? Nein, dauert noch eben. Wieso dauert das noch eben? Vom Level her. Achso. Okay. Dann laufen wir rein. Das muss ich jetzt nur wissen, wo. Weißt du, ich mag das unheimlich gerne, wenn dann die Gruppe da steht, pullt und dann auch noch am Verrecken ist. Siehe den Todesritter. Ja. 24. Und sobald der gleich tot ist, renne ich hin mit meinem Charge. Ja, weil ich dann happy bin. Na, 7,5. Ja, er hat sich aus der Bauch geheilt. Ja. 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 Bin ja gleich stark. Dummdi-dum. Perfekt. Raucherpause. Mhm. Boah. Schon längst da. Ach, und ich kann die Quest abgeben. Schön. Abnehmigstirn. Ah, ja. Ich würde sagen, das ist sehr fiktiv. So. Hab ja hier meine Federn. Bin auch ein bisschen schneller. Bist du ein Engel? Ja. Bist du ein Engel? Ja, ich kann, ich hab sogar Flügel. Ich bin auch ein Engel. Mit einem B davor. Ich wollt's grad sagen. Mehr ein Bengel. Aber ein ganz großes B. Ach, die Quest kann ich auch abgeben. Sehr schön. Ich brauch nachher nicht mehr zurücklatschen, außer für eine Quest. Zack. So. 28k. Sehr schön. Gleich Level up. Ja. Bäh. Immer diese Pro-Leveler, ne? Warum hab ich denn keine Kobalt-Augen? Wo krieg ich die denn her? Die kannst du looten. Aus diesen, äh, aus diesen Schlangen. Ach so. Mhm. Und die hab ich schon. Du brauchst drei Stück davon. Dann komm ich dir mal ein bisschen entgegen. Ähm, ich hab die vergessen zu looten. Gibt's die da noch nicht noch? Ähm, ne, ich weiß nicht. Eine hab ich ja noch gefunden, aber die andere... Die liegt hinten nach der Treppe. Da liegt noch einer. Ach, da liegt noch einer? Oder renn ich einmal kurz zurück? Mach mir mal eine Feder geben, bitte? Natürlich. Äh, eins. Die halten auch ein bisschen länger, weil die Gliefe drin ist. Woll. Hat ja super funktioniert. Ich bin fast runtergefallen gerade. Tatsache, die muss ich... Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Alter, ne, ne. Die ist grad vor meinen Augen, die spawnt. Boah, das ist dreckig, ey. Ja, hast du aber noch gekriegt, ja? Ne. Die ist vor meinen Augen, die spawnt. Blöde Scheiß, wie ich. Das ist deine, das ist meine. Ja. Oder auch nicht. Nee. Nee. Ich bin ein dicker Ohr. Und renn erstmal voll gegen die Hand. Mhm. Das kostet der Geschwindigkeit nicht klar, war? Nee. So. So. Go. Go. Ähm. Wenn du... Ja, lauf. Mach. Pullen. Die Aufnahmen laufen nicht zu ewig laufen. Wenn du sterben willst, darfst du pullen. Ach, guck mal, guck mal, da ist noch ein Viech. Ja, siehst du, dann hast du noch Glück. Dang. Great. So, alles erstmal hier schützen. So viel zum Thema. Hä? Wie kommt denn der jetzt so rauf? Chris? Alles. Ich glaube, er hat ein DC. Ein Disconnect. Da war er weg. Hm. Hm. Traut er sich ohne Tank nicht? Okay. Der Todesritter wagt sich. Okay. Der Todesritter wagt sich. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Ob er wiederkommt? Ah, okay. Die machen weiter. Naja, gut. Er ist ja noch immer da näher. Aber... Oh. Ah, da ist er wieder in der Eingangshalle. Er kommt gleich wieder. Da ist er ja wieder. Da ist er ja wieder. Ja, feinliche Situation. Äh, mir hat es gerade den Rechner zerhauen. Wie, den Rechner zerhauen? Naja, ich hatte Standbild, mein Internet war weg, mein Rechner holt nicht mehr, ich konnte keine Taste mehr drücken, ich konnte weder im Tab-Menü rein, dass ich das Spiel beenden kann. Ich musste meinen Rechner grad neu starten. DS hat auch nichts mehr gehabt, ich konnte dich nicht hören mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch hören konntest oder so. Nee, nee. Ja, hat alles auf einmal gesponnen. Es fängt ja an. Super Aufnahme nimmst du auch? Ja, die Aufnahme läuft noch. Okay. Äh, tut mir leid, Leute. Ähm, bei mir hat's alles zerschossen gerade. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder. Ich glaube, ich muss mal wieder ein Dienprogramm durchlaufen lassen. Ich glaube, ich hab wieder irgendwas eingefangen. Haha, das heißt, platt machen. Nee, platt machen heißt das nicht, weil ich hab, äh... Oh, nein, die wollen mich rauskicken. Nein, mach ich nicht mit. Hab ich abgelehnt. Ähm... Oh, die anderen haben aber zugesprochen, also bin ich auch raus. Viel Spaß beim Suchen. Wenn er geht, geh ich auch. Ja, das ist halt scheiße gelaufen. Kann man nichts machen. Passiert. Bisschen schwund ist immer. Ja, dann würde ich sagen, kappe ich hier einfach die Aufnahme und, ähm, die nächste wird ein bisschen organisierter, würde ich sagen. Ähm, passt mir halt auf, dass da nichts passiert. Aber sowas kann immer mal passieren, so ein Disconnect. Ähm, bei mir zum Beispiel, wenn der, äh, Router halt, äh, mal resetet. Das ist normal. Ja. War ja nicht nur der Router. Mein Rechner hat auch schlapp gemacht. Ja. Ich glaube, es ist einfach nicht mehr... Er sagt, glaube ich, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm... Jo. Ja, ne? Kann man machen. Kann man machen. Vielleicht. Ja. 2.15 Uhr. Ja, ich denke auch. Eine super Zeit. Also, meine lieben Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von, ähm, Burning Crusade. Und bis dahin, eure Xieva. Ciao. Ciao.